Hallo Messerfreunde, ein neuer Tag, ein neues Glück. Es geht weiter mit dem Knife Pre-Owned Knife Sale und hier haben wir ein schönes Viper V5950 FC. Das kennen wir ja schon. Ich glaube die hatten wir auch mal im Shop. Das sind schöne Folder. Schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall hier mit nach original Verpackung aus und hier haben wir das gute Stück. Ein, ich würde sagen, ausgewachsener Folder. Schön eine Hälfte, eine Griffschalenhälfte schön mit Carbon Fiber. Die andere Hälfte mit Titan und ein paar blau-violetten Accessoires wie hier diesen Backspacer und der Clip. Das ganze ist ein Folder, äh ein Flipper Folder will ich natürlich sagen. Muss so ein bisschen Dampf drauf geben. Und wir haben hier Böhler M93, ein Fox Design. Rattenscharf das Ding. Hier sehen wir nochmal Fortis Viper. Und das ist ein schön ausgewachsener Folder. Flipper sind immer sehr praktisch. Du hast einen sehr guten Öffnungsmechanismus. Du hast anschließend einen Fingerguard und beim Schließen kann dir die Schneide auch nie auf den Daumen knallen. Man sieht hier die Narben. Das ist schon öfters passiert, weil am Nagel stoppt dann hier erstmal wieder der Flipper Tap. Was sehr praktisch ist. Dann kann man es immer schön schließen. Öffnen. Schließen. Er stoppt. Umgreifen. Mit dem Daumen zuschieben. Perfekt. Läuft sehr schön. Super Stahl. Titan Carbon M93. Was willst du mehr? Und er ist nicht so schwer, weil durch die eine Hälfte spart man doch ein bisschen an Gewicht hier. Das Carbon doch um einiges leicht wie das Titan. Dieser Folder wechselt für 180 Euro den Besitzer bei Interesse. Und dann im ersten Kommentarfeld alles Weitere. Schreibt mich an. Laut Verkäufer ist da immer noch eine kleine Möglichkeit drin, hier noch ein bisschen was am Preis zu machen. Schreibt mir einfach ein Mail. Alles Weitere regeln wir dann. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Es geht hier nämlich noch ein bisschen weiter. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank.